Hallo, ich muss euch jetzt kurz mal etwas zeigen. Im letzten Video habe ich euch ja die Hütchen vorgestellt. Da hat Rocky angefangen zu bellen, was er eigentlich nie macht. Jetzt im Hintergrund hört ihr die Nachbarshunde. Ich hoffe, er bellt jetzt nochmal. Weil da hinten ist Besuch bei den Nachbarn, der darf da auch hin. Aber Rocky findet das gerade ganz komisch. Es ist so selten, dass er bellt, außer wenn wir anderen Hunden begegnen. Aber im Garten oder zu Hause eigentlich nie. Und er ist jetzt gerade etwas empört, was denn da los ist. Rockylein, alles gut, die dürfen da hin. Also wie ihr hört, das hält sich noch in Grenzen. Die Nachbarshunde machen viel mehr Theater. Aber Rocky findet das gerade gar nicht lustig. Rocky, es ist gut. So, ich werde ihn jetzt mal wegpfeifen. Weil Aufmerksamkeit erregen ist gut. Ich brauche ihn aufmerksam machen. Aber mehr muss es dann auch nicht sein. Rocky, schau. Rocky. Rocky, schau. Na, der ist gerade beschäftigt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.